Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du, du bist hier gewachsen? Ich schaff das. Alles ist besser als Bracker. Ich war auf vielen Planeten der Galaxis auf der Suche nach... nach dir. Wenn wir das Imperium nicht stürzen, gehen wir alle unter. Auch auf der Flucht. Bin bereit. Gut. Ihr wart mit Cordova bestimmt oft hier. Nein. Er hat mich nie hierher geführt. Er hat nur davon erzählt. Ich war die Einzige, die wusste, wo der Ort liegt. Er hat euch vertraut. Ja, sieht ganz so aus. Er war sicher, dass ich ihm glaube und seine Aufgabe beende. Ich brauch ne Sekunde. Melden Sie jede imperiale Aktivität, Grease. Jawohl. Ihr seid ein gutes Team. Andernfalls wären wir nicht mehr am Leben. Es ist nicht leicht, unentdeckt zu bleiben, wenn das Imperium dich verfolgt. Wir haben schon unzählige gefährliche Situationen überstanden. Ha! Wie damals, als man uns für Schmuggler hielt. Das vergesse ich nie. Sie sagten Ihnen, wir liefern eine Ladung Kado-Rippchen. Und als Sie uns fragten, was das ist... Oh ja, da hab ich 18 Zubereitungsarten aufgezählt, von geräuchert bis roh. Und aus welchem Grund? Ablenkung. Sie waren verwirrt und ließen uns gehen. Tja, nicht nur das. Vorher haben Sie meine Rezepte gekauft. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Das ist nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Wie, was? Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Schwestern, Mutter, leid mir eure Kraft. Schwestern, Mutter, leid mir eure Kraft. Was immer sie da macht, funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt, ich zähl auf dich. Gehen wir, Kumpel. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holokorn. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir werden uns schwer verstaunen. Es ist soweit. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Feuer frei! Scanner ist ausgefahren. Stuftruppler am Boden! Bewegung! Erblockt! Feuer gemeinsam! Erledige Aufgabe! Erledige Aufgabe! Unproduktiv! Humanoide! Bleibt ihn an! Wasser anbleiben! Macht ihn fertig! Das werden Sie bereuen! Ich krieg das hin! Ihm nach! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du fehlst in dich! Wer bewegt mich? Locker Angriff! Nähert euch dem Ziel! Ich würde auch alleine mit ihm fertig! Jedi getroffen! Wir schaffen das! Er darf nicht entkommen! Der Jedi bewegt sich! Ich mach ihn fertig! Ich mach ihn fertig! Der Fremmerwart am Boden! Das hält nur nicht ewig durch! Wir verwundet ihn! Greift ihn an! Schnell! Komm schon! Lasst euch nicht von ihm erwischen! Was ist das? Wer schlug? Ja! Wer schlug? Ich schlug! Du schlug! Du schlug! Ein bisschen Hilfe, Kumpel. Wir schaffen das. Kumpel am Boden. Komm zurück. Jetzt bin du noch wie bei übrig. Mehr, gib mir mehr! Hier hat das Imperium die Inquisitoren erschaffen. Sia wurde hier gefoltert und Thriller zur dunklen Seite gebracht. Reißen wir es ein, BD-1. Feind gesichtet. Benötige Wartung. Das habe ich verbockt. Wir müssen nur eine Lücke finden. Das Ding hier braucht Strom. Sieht gut aus. Das ist ein, BD-1. Das ist ein, BD-1. Oh, sieh mal, BD. Das hat was für Dürfen. Sehen wir es uns an. Sieh, der Bereich ist sicher, aber das Imperium hat mich eingesperrt. Eine Idee? Kern, such einen Kontrollraum. Ich habe einen Plan. Ich glaube, ich bin in einem... Die Schilde der äußeren Festungsbereiche sind deaktiviert. Fluße die Basis und schwimm zum Festungskern. Ein vollkühner Plan. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Okay, gehen wir, BD. Dieser Teil sieht schwach aus. Und das Schwimmbetel? Okay. 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 Was ist das Interessante? Das war's für heute. Was ist da drüben? Na los, holen wir ihn uns! Beeilung, beendet die Sache! Aufgeladen! Keine Infanterieverstärkung mehr! Das wird nicht einfach! Wie macht er das? Er ist schwer zu verfolgen! Er ist schwer zu verfolgen! Er ist schwer zu verfolgen! Du kennst doch nicht alle! Kumpel, hilf mir! Es ist wie das Sojo im Jedi-Tempel. Aber falsch. Verdorben. Sehen wir nach, was dahinter ist. Wir werden sie zur Strecke bringen! Kriegt es jetzt zu Ende! Rassini verbundet! Ich werde es genießen! Du kannst mich nicht bösen! Du kannst mich nicht bösen! Erledigt ihn! Ich bleib an dir dran! Verheilung, fangt ihn! Sie wehren sich immer noch unklug. Ich, ich hab ihn getroffen! Holen wir ihn uns! Er wird mich nur konzentrieren! Ich werde dich ver- Ich werde dich nicht mehr lange überleben! Vernichtet ihn! Greift ihn schnell an! Wir sind alle verlobten! Wir sind alle verlobten! Scanner ist ausgepracht! Wehen uns herum! Was ist das für ein Gefühl, zu bluten? Wir sind alle ver- Anwuchs! Andere linken mit Angriff! Er ist uns nicht gewachsen! Berechnung, Angriff zu neuem! Liefere mir einen Kampf! Eine würdige Herausforderung! Ich kann's kaum erwarten, dich zu erledigen. Tut's weh? Los geht's! Wir halten das! Wir werden dich zur Strecke bringen, du Feigling! Er ist verwundet! Ich werde dich zurückstecken! Du hast keine Chance gegen uns! Für ein bisschen Spaß! Ich werd dich fliegen, Jedi! Das ist echt mir noch nie passiert! Ich sehe ihn, Mäber! Ich sehe ihn, Mäber! BD, Tür. Der Jedi, er ist im Verhörflügel. Meine Geduld hat bald ein Ende. Du bist so schwach. Wir haben wieder Wettbewerb. Ich hab ihn. In Ordnung. Hilf mir durchzukommen. Ich habe Schaden erlitten. Dem Jedi nach. Dein Tod ist sicherer. Wir haben offenbar keine Nackarmfunterspitzung mehr. Habt's verstanden. Verbündete am Boden. Zieh mich zurück. So schnell kann er nicht sein. Schießt auf ihn. Ich hab eine Rücke. Ich hab nichts gehört. Er ist los von seinem Einkaufsgefallen. Vorsicht, geht in den Kopf. Krass ihn endlich. Krass ihn endlich. Er wird keinen Fehler machen. Wir können gar nicht verlieren, stimmt's? Das war der Letzte. Cal, ich bin in der Nähe, aber hinter einer Panzertür. Da muss eine Konsole sein. Hab sie. Das war beeindruckend. Wie fühlt ihr euch? Sorg dich nicht um mich. Wir haben eine Aufgabe. Aber es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, verstehe. Gehen wir weiter. Ja. Ach, bringen wir's hinter uns. Spur von Thriller? Nein, noch nicht. Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir. Beeil dich, Kumpel. Könnt ein Turbolift sein. Damit kommen wir hier raus. Wir nähern uns. PD1. Du bist ein echter Freund. Sowas hab ich noch nie gesehen. Fortschrittlich, selbst für das Imperium. Wir haben sie gebrochen. Vollständig. Und auf die dunkle Seite gebracht. Und auf die dunkle Seite gebracht. Und auf die dunkle Seite kommt. Die dr therefore schra Lantern. Die dritte Seite passiert weiter. Wo müssen wir hier drinnen? Alles ist gl유�úFC. Wie scherz? Kein Problem für dich, oder? Ich hält nichts auf. Ich bin ein Schrauch, Kreisnik. Genieße die Todesquad. Komm zurück! Leideste! Du kannst mich gewinnen! Hier, Kumpel! Ich freue mich darauf, Seer deinen Kopf zu übergeben. Triller, du hast sehr viel durchgemacht und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät aufzuhören. Aufhören? Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen! Hier oben! Bleib stehen! Geil. Verstehen! Ich kann es nicht geben. Du wirst nicht mehr lange stehen. Ganz schlecht gefühlt. Cal! Ich hab das Holokron. Ich muss das tun. Es ist vorbei, Trilla. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein, ist es nicht. Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich hab dich im Stich gelassen, Trilla. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Seer, ich hab dich so sehr gehasst. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ey, das sieht nicht gut aus. Ist es auch schön? Er kommt. Ihr habt versagt, Inquisitorin. Recht uns! Ja! Ja! Nein! Es wäre klüger, sich zu ergeben. Ja. Wahrscheinlich.